jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play mafia 3 wo wir stehen geblieben genau wir wollen heute ein bisschen die zubräuber befragen wir fangen heute mit dem ersten teil an nicht so viel aufsehen erregen hier wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte die frage ist natürlich sind das sind das nur zwei sind das die beide vergieß kollege ja wird er der ist tot so viele sind es ja hoffentlich nicht mehr da hast du noch ein paar doch aber ist nicht mehr tragisch ja der ist abgehauen genau der ist abgehauen genau was ist mit diesem älter passiert gute dacht so die müssen doch geht's ja hoch okay gut zu wissen gut da kommt noch einer das weiß ich ja habe ich ich gehe in decke gute dacht da da seht ihr ihn das ist auch mal mit dir gut kollege so das war dein letztes wort wir sterben sterbi so wir müssen ein bisschen aufräumen hier noch aber hier oben gleich geistert auch irgendwo einer rum aber das machen wir nach 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 sind mal 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 Das ist einer hier noch rumgessern muss. Ach, hier in dem Büro ist okay, oder? Ja, gut. Die anderen Geistern untenrum, das ist mir gerade herzlich egal. Das Bild nehmen wir an uns, das ist aber zwar. Halt die Schnitz. Also, einweise ich das auf jeden Fall noch unten. Das ist klar. Oh, wir haben eine Notiz hier oben liegen. Die lesen wir noch mal. Die hinteren Fenster dürfen unter keinen Umständen offen stehen, wenn ein wichtiges Auto im Gebäude ist. Das ist mir scheißegal, wie heiß es wird. Der nächste Idiot, der diese verfluchten Fenster öffnet sich tief in der Scheiße. Piet Santini. So, der wäre ein wichtiger Name, der auch auf der Liste stehen könnte, würde, dürfte. Aber er gehört nicht dazu. Da wir ja die Namen mittlerweile wissen. So, kann ich nicht die Dinger machen? Nö, kann ich nicht. Okay, jetzt möchte ich jetzt nicht mit der Waffe... So, die Züge sind down. Uns fehlt allerdings noch. Ich weiß, dass einer, wie gesagt, noch irgendwo rumlaufen müsste. Ich frage jetzt, wo kommt München. Er ist tot, verdammt. So. Ich weiß, dass einer noch rumgeistert. Gut. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht... Ah, jetzt noch einer, der rumläuft. Okay. Na, hier gab's Pizza, also okay. Ich glaube, ich hatte Glück gehabt, dass der nicht... Ich glaube, ich hatte tatsächlich Glück gehabt. Jetzt hier keine, die Wachposte noch nicht alarmiert wurden. So, okay. Einer muss noch irgendwo rumrennen. So. Gut. Einer weiß ich, wie gesagt, der läuft noch da außen irgendwo rum. Den muss ich mir natürlich noch snacken. Und hier ist nochmal ein Erste-Hilfe-Kasten. Das arme Schwein atmet nicht mehr. Das arme Schwein atmet nicht mehr. Hey. Du aber auch nicht mehr. Gott sei Dank war ich ster genug. So. Die Halbzeit. So. Haben wir es geschafft, oder? Wie sieht das aus? Oh. Oh. Ist ja auch nicht oben noch, ne? Dann gehen wir mal hoch. Ich hab wieder Waffen, äh, wieder Kugeln gekriegt, weil da war. 13 Stück immerhin. So, und jetzt. Laut der Infokarte müsste es aber hier irgendwo sein. Also, laut dem Linksfall ist hier irgendwo. Oh. 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 Was? Muss das hier irgendwo dazugehören oder nicht? Also mit dem Zug selber ist nix, ne? Oder ist das einfach nur irgendeine Anzeige? So, warte mal. Ja, jetzt musst du hier... Ich tue es halt ein Teenies Waffenkarte. Also doch richtig. Also habe ich es doch richtig auf dem Schirm. Also wir müssen auf jeden Fall hier eine Waffenkarte holen. Und die muss hier irgendwo liegen, wo dieses Ding ist. Die Frage ist, wo liegt die? Liegt die hinter irgendwo? Äh. Die hier. Die wurde mir nämlich angezeigt. Halt, ich darf sie nehmen. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Dann müssen wir jetzt noch ein Stück... Ah, wir dürfen noch ein Stück Autofahren jetzt auch noch. Okay, dann haben wir das zumindest mal erledigt. So, gut. Hier muss noch irgendwas drin sein. Äh, in der Platte oder wie auch immer. Ein Albumcover. Okay, das ist eins von zwei in Barclay Hills. Aber wie gesagt, auch genauso dazu werde ich nicht unbedingt suchen. Oh, äh, da hat jemand irgendwie scheiße geparkt. Wer war das wohl? Eigentlich war der andere Plan. So, weitermachen. Habe ich, glaube ich, nicht eigentlich ein anderes Ding gesehen? Ja, ich würde da nämlich jetzt gerne weitermachen. Bis wir jetzt irgendwie was kurz machen, weil die Waffen... Das war nämlich Zufall nur, dass die da waren. Dann machen wir hier nämlich weiter. Dann bleiben wir hier nicht für. Dann muss ich nicht da oben hin. Weil jetzt auch keine Nummer zweieinhalbtausend... Äh, zweieinhalb Kilometer Fahrt, wird jetzt auch kein Nerv zu. Das ist alles in der Nähe von dem Polizeirevier. Normalerweise hätten die ohne Problem auftauchen müssen. Aber gut, dass wir denen die Telefonstum geschaltet haben. Ähm. So konnten sie keinen Nachschub anfordern. So. Die nächste sind hier. Das sind aber nicht viele. Okay. Das sind nur ein paar. Das sind zwei Leute oder so. Das sind nur zwei, das machen wir schon nebenbei. Ich kam nicht so schnell mit der Waffe raus. Ich hatte den nämlich schon da und da lag... Da liegt der Sack. Da liegt der Sack. Und da kommen seine zwei Handlanger da noch angeschissen. Äh. Äh. Ja. Ja, allerdings mache ich das mit der Waffe. Das ist ein bisschen einfacher. Scheiße. Einen hätte ich noch runtergekriegt, aber den zweiten nicht. Du glaubst, du bist was besseres als ich. Du bist nicht besser als... Vier ein halb tausend. Du gehörst. Du gehörst. Du gehörst. Du gehörst. Ich warte jetzt an. Also ich zahl die Kohle eben ein. Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Etwas Geduld. Bin sofort da. Kann ich dir vielleicht was abnehmen? Nee, du verlierst das. Bonsoir, Chef. Jetzt zahlen die mal die Kohle komplett ein. Wir könnten ja, glaube ich, jederzeit Geld machen, weil wir die ganzen Kickbacks abfahren müssten. Ein bisschen, weil wir die ganzen Kickbacks abfahren müssten. Ja, dafür müssten wir die kompletten Kickbacks abfahren. So rum ist es richtig. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Junge. Ähm. Ja. Dann machen wir das halt noch mal. Dann müssen wir noch mal hin. Aber das... ...geht ja... Uh, da ist noch ein Iron Cover. Fällt mir gerade ein. Fällt mir jetzt wohl liegen das? Das haben wir da direkt hier angezeigt. Oder nicht? Das wurde mir doch gerade was angezeigt hier, oder nicht? Ist das gerade falsch? So, dann machen wir das Ding mal auf. Und baut mal kurz in Sicherheit die Sicherung ein. Dann haben wir ja eh zehn Stück. So, die frisst das drei Stück. Weil das Album kann irgendwie auf der anderen Seite. Okay. Halt! Das ist hier drin, oder was? Ich lungere nirgendwo rum. Ich gucke nur, was... Ja? Willst du auf die Frisse kommen, ja? So, ich hoffe natürlich jetzt kein Fahrzeug, wie die Polizei ruft. Äh... Äh, das ist alles wegen dem scheiß Auge im Cover, ja? Was ist das Ding denn? Geht nebenan, oder was? Die ersten da hinten gechillt weiter. Okay. Oh, da ist es. So, das war Nummer zwei von zwei. Okay, wir müssen die Kasse hier aufbrechen. Okay. Das haben wir doch gemacht. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir wieder raus. Da ist der Ausgang. Und dann fahren wir mit unserem Automobil zum nächsten Punkt. Den wollten wir nämlich machen. Das, was wir eben gemacht haben, das ging eigentlich zu simpel aus. Ah, das sind wir auch in der ganzen Gegner. Aber wir haben zwei Album-Cover geholt. Auf jeden Fall hier in dem... ...in dem Viertel. Also in dem Gebiet hier. So, wir probieren das jetzt ganz normal. Das ist ja auch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, den Teil möchte ich immer noch machen. Diese Folge. Hey, so, das ist eine Meter. Ich dachte, wer hätte mehr. Wie gesagt, die Gegner lassen wir... ...wir müssen nicht jeden Haufen Gegner mitnehmen. Die lassen wir gerade noch ein bisschen nach Hause vor. So, im Zweifel haben wir immer noch 42.000 auf der Hand. So, wie gesagt, das ist ja auch gelacht. So, wie gesagt, das ist ja auch gelacht. Ah, das ist die Scheiß-Cops dabei. Leck mich doch am Arsch. Oh nein. Mann, weil der auch noch da hinten gechillt hat. Leck mich doch am Sack, Alter. Ey, das sind so... ...drei Leute oder so was. Und dann kriege ich es nicht geschissen, oder was? Weil irgendwie was dazwischenkommt. Jetzt kommen erst die Cops. Dann kommen noch... Da steht da noch einer in der Ecke rum. Dann prüfen wir uns eigentlich im nächsten Part nochmal.